So, herzlich willkommen zum 70. Daily Vlog. Heute mal wieder Skifahren. Wahrscheinlich das denn der Hofer und der Laci heute die Kurz-Ski. Jo, let's go. 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 So, und jetzt wieder ein bisschen Minenkraft. Heute werde ich ... ... ... mir wieder ein Aquarium bauen, aber diesmal besser. ja wohl nur noch mal kurz zum veranschaulichen wie hoch dieses dnt eigentlich ist ja jetzt wird man bezieht zwar aufstürzen schätze ich war vermutlich das ende dieser minecraft welt beginnt jetzt ach du scheiße 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 hallo jawohl das war es dann mein geschäft schau geil aus schau geil aus 351 1500 blöcke dnd ich glaube das schlauste wäre wenn ich jetzt mein video schneiden dann fertig machen würde und dann komme ich noch mal herunter man sieht sich gleich wieder ja viel spaß man kann kann auch sein dass man sie morgen wieder sieht das war's dann vom heutigen daily blog man sieht sich dann morgen wieder abonnieren und gleich nicht vergessen und die glocke aktivieren und schau